Worum geht es denn bei Fake News? Gerade der Begriff Fake News ist ein sehr spannender Begriff, da er verschiedene Gebiete beschreibt bzw. verschiedenartig dargestellt werden kann. Zunächst, Fake News, klar, sind Inhalte, die natürlich falsch sind. Das ist das Wichtige. Aber andererseits sind Fake News auch immer so gestaltet, dass sie sich der sogenannten partizipativen Kulturen von Social Media widmen. Also, dass sie einfach geteilt werden können, dass sie per Klick einfach weitergeleitet werden können und somit eine hohe Viralität erreichen. Das ist ein großes, wichtiges Merkmal von Fake News. Und dann geht es natürlich in die Details. Was sind Fake News und was vor allem sind Fake News nicht? Also, der sogenannte, oder das, was ein Donald Trump da gemacht hat, sich hinzustellen und sagen, you are Fake News. Das ist natürlich keine Fake News. Das ist dann ein politischer Kampfbegriff, der häufig von Politikerinnen und Politikern genutzt wird. Auch die Satire beispielsweise ist kein Fake News, sondern ein Spiegel der Gesellschaft. In den Grauzonen sind wir dann, wenn man sagt, das ist der Journalismus, wenn er dann mal handwerkliche Fehler macht oder ein bisschen oberflächlich arbeitet, dann ist das der sogenannte Bad Journalism. Das ist auch noch kein Fake News. Das ist total schlecht gearbeitet. Oder noch weitergehend, wenn wir von sogenannten Zeitungsenden sprechen, wo eine Zeitung am nächsten Tag sagt, Entschuldigung, wir haben gestern einen Fehler gemacht, das korrigieren wir. Dann ist das auch kein Fake News, sondern höchstens eine positive Fehlerkultur. Fake News beginnt immer genau dann, wenn jemand bewusst eine Falschmeldung in die Welt setzt, wenn jemand bewusst einen Inhalt falsch interpretiert, obwohl man weiß, er ist dann anders gemeint, wenn jemand bewusst einen Inhalt mit falschen Bildern oder falschen Videos inszeniert oder wenn jemand bewusst komplett einen Inhalt erfindet, um damit beispielsweise Geld zu machen. Also wir unterscheiden da tatsächlich zwischen dem sogenannten Fabricated Content, mit dem falsche Werbeanzeigen gestaltet werden, um Menschen in Abo-Fallen zu locken, oder eben den sogenannten Hybrid-Fälschungen, die ideologisch motiviert genutzt werden, wo jemand versucht, jemand anderen in einer Meinung zu beeinflussen, wo jemand wirklich versucht, mit falschen Bildern, mit falschen Interpretationen oder auch mit Desinformationen zu arbeiten. Geben Sie uns doch ein Beispiel. Der Klassiker unter den Fake News sind natürlich die Hybrid-Fälschungen. Hybrid-Fälschungen bedeutet, dass jemand einen Teil nutzt, der unweigerlich wahr ist, der definitiv korrekt ist und die einfach in einen falschen Zusammenhang setzt, der dann definitiv falsch ist und die Mischung dann dementsprechend auch nicht korrekt ist. Also dass Bilder genommen werden aus anderen Situationen, die einfach nicht dorthin gehören und dann wird beschrieben, das ist in dieser Situation geschehen und das passt dann halt nicht. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Tagen sehr häufig Bilder aus Deutschland gesehen von der Flutkatastrophe. Teilweise waren einige Bilder dabei, die waren nicht aus dieser Flutkatastrophe. Ich erinnere da ein harmloses, unpolitisches Beispiel. Ein Mann kommt mit zwei Katzen aus dem Wasser und dann hieß es, hier in Deutschland werden auch die Tiere gerettet. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2008 und wurde in den USA aufgenommen. Also zu sagen, dass das aus Deutschland 2021 stammt, wäre dementsprechend nicht richtig. Das Foto, ja, ist korrekt, unweigerlich richtig, gar kein Problem, aber der Kontext, in dem es gesetzt wurde, war falsch und dementsprechend sprechen wir von einer Hybrid-Fälschung. Das wäre ein Teil der Fake News, weil sich dieses Foto sehr leicht über Social Media auch verbreiten lässt. Ich drücke einen Klick, sage Weiterleiten und sage, schau mal, hier werden auch Tiere gerettet. Also für mich ist die Teilnahme an dem ganzen System sehr einfach. Und was kann Erwachsenenbildung tun, um dabei zu unterstützen, mit Fake News umzugehen? Das größte Problem ist ja immer der erste Schritt. Ich muss mich selber dazu animieren, auch eine Meldung zu hinterfragen. Das Problem ist ja auch häufig, dass wir immer den Informationen Glauben schenken, die wir auch für richtig halten, also von vornherein für richtig halten. Also wir reden hier von der sogenannten Confirmation Bias. Also wir halten Informationen für korrekt, wenn sie unsere eigene Überzeugung, unsere eigene Position unterstreichen. Und wir dementsprechend auf der anderen Seite lehnen wir Informationen ab, die unsere eigene Position eben nicht unterstreichen. Und davon müssen wir uns grundsätzlich lösen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und das muss man auch vermitteln können und auch erklären können, warum das so ist. Und dann im nächsten Schritt können wir ganz methodisch sagen, okay, wenn das geschehen ist, dass du halt in der Lage bist, dich selbst auch kritisch zu sehen, dann kannst du bestimmte Methoden anwenden, wie du Falschmeldungen erkennen kannst. Zum einen fängt das an mit Kommunikationsstrategien erkennen. Also wie funktionieren Kommunikationsstrategien? Was ist das sogenannte Framing? Was bedeuten Narrative im Kontext von Falschmeldungen? Das kann man alles vermitteln. Da gibt es Möglichkeiten, die eigene Auffassungsgabe zu schärfen. Und dann schaut man halt ganz schrittweise methodisch weiter, wer hat eine Information verfasst, wie vertrauenswürdig sind Absender, wie nutze ich Suchmaschinen, wie kann ich beispielsweise eine Bildersuche nutzen, um herauszubekommen, ob ein Bild in einen Kontext gehört oder nicht. Und letztendlich, wie funktionieren Filter in meiner Suchmaschinensuche? Und damit kann ich dann recht einfach und auch in kurzer Zeit, wenn ich damit geübt bin, tatsächlich herausbekommen, ob eine Meldung falsch ist, ob sie manipuliert ist. Häufig sind ja Kernaussagen korrekt, aber dann wird etwas manipulativ dargestellt, um mich zu beeinflussen, oder ob etwas komplett frei erfunden ist. Vielen Dank.